hallo in vorherigen videos habe ich schon mal gezeigt wie man diese schöne aufgabe hier in der es um eine parallel schaltung von einer kapazität beziehungsweise einem idealen verlustlosen kondensator und einem widerstand geht und bei der man aus einer gegebenen spannung die ganzen ströme und dann auch leistungen berechnen soll wie man das ganze von hand löst ist auch eine aufgabe die mir mal ein student per e mail zugeschickt hat und in einem vorherigen video die ich auch dann in der video beschreibung verlinke habe ich auch schon mal gezeigt wie man das ganze im netzwerk simulator ltspice lösen und bearbeiten kann oder eine probe machen kann für diese art von schaltung und für dieses beispiel und das was ich jetzt in diesem video zeigen möchte ist wie man für dieses problem auch noch mal eine lösung in octave sich erarbeiten kann also kann es auch alternativ in matlab machen aber ich benutze 10 mal octave eben als so allgemeine numerik software so und ich packe mir mal das ätlspice fenster hinweg und mache mir das octave fenster hier so ein bisschen kleiner daneben so dass ich hier diese ganzen werte lesen kann und tipp hier auf jeden fall erstmal die werte ein unser widerstand ist ein kilo um groß ich gebe alles in grundeinheiten rein einmal 10 hoch 3 und die kapazität das sollen ein micro farad sein wie groß sind 10 hoch minus 6 1 im minus 6 macht ein micro farad so und jetzt ist ja der erste schritt sich zu überlegen okay wie kriege ich diese spannung hier rein diesen spannungs verlauf und dafür gebe ich mir jetzt einfach mal so charakteristische zeitwerte vor nämlich einfach immer die wo hier was passiert also 0 1 millisekunde 2 millisekunden 3 millisekunden und so weiter ich nehme für t einfach 0 bis also 0 von 1 bis 6 mal dass das so funktioniert und das ganze hätte ich gern noch in mili also mal 10 hoch minus 3 und dann kommen da von 0 bis 6 millisekunden genau diese werte raus so und zu diesen werten gebe ich jetzt einfach die spannung vor und das sind nämlich immer 0 volt 2 volt 0 volt 2 volt 0 volt 2 volt und wieder 0 volt dann habe ich sieben zeitwerte vorgegeben und auch sieben spannungswerte und könnte mir die jetzt erstmal plotten also plot t und u von t und dann erscheint das plot fensterchen wie man auf dem anderen bildschirm aber ich kann es einfach überziehen und dann sieht man aber man jetzt ein ständiger wissenschaftler wäre würde man mal hier noch seine achsen beschriften aber das können wir uns in dem moment vorstellen dass hier unten ist die zeitachse das ist die spannungsachse wir haben hier einen dreieckförmigen verlauf wir kriegen hier diesen dreieckförmigen verlauf hin das passt schon mal ganz gut so jetzt kann man sich überlegen was wollen wir ja eigentlich noch bestimmen und ausrechnen also wir wollen jetzt den strom raus bekommen durch den widerstand durch diese formel das ist relativ straightforward und trivial aber wir wollen eben auch diesen strom durch die kapazität raus bekommen mit dieser ableitung hier und wir wollen am ende eben auch aus spannung und strom zeitabhängige leistung ausrechnen über diese zeitabhängigen leistung mittel um sowas wie wirkleistung auszurechnen und ja dafür wäre es eigentlich gut wenn wir diesen verlauf so ein bisschen interpolieren so dass wir eben nicht nur hier und hier und hier und hier einen wert haben sondern auch ziemlich viele zwischenwerte dazwischen und das kriegt man in octave hin mit einer funktion die nennt sich interpolation help inter p und die soll eindimensional sein deswegen steht noch eine 1 hinter und dann steht hier immer viel hilfe da und wie das irgendwie so funktioniert aber also das nimmt die werte von der funktion für x und y und interpoliert das auf andere x werte nämlich diese xis hier und diese xis die könnten jetzt eben viel viel feiner sein ja und genau das versuche ich jetzt mal irgendwie zu machen also ich nehme baue mir einen neuen zeitvektor zusammen t fein den lasse ich gehen auch von 0 bis eben 6 millisekunden und dafür nehme ich mal 601 zeitwerte zum beispiel die ausgabe unterdrücke ich mit einem semikolon ja das heißt ich habe jetzt für jedes dreieck hier wenn ich so will für jeden für die lineare funktion habe ich jetzt 100 werte 100 werte 100 werte 100 werte macht insgesamt 600 warum 601 weil ich noch einen am ende eben dran packen will ja so also dass wir können ja mal in diese zeitwerte reingucken uns die ersten 10 zum beispiel ausgeben dann sieht man die haben schöne glatte zahlen werte das sind jetzt immer und jetzt kann ich eben also auch meine feine spannung ausrechnen indem ich diese interpolationsfunktion anwender und sage also von meinen alten groben zeitschritten und den groben spannungswerten die will ich jetzt auf t fein interpolieren und dabei sollten jetzt auch also bei dem t fein habe ich hier 601 werte vorher habe ich nur sieben jetzt will ich das auf 601 werte interpolieren die ich mal da kommen auch 601 werte raus und wenn man sich jetzt unsicher ist was man hier tut und was hier passiert würde ich das auf jeden fall jetzt auch noch mal plotten und gucken ob das immer noch so der vorstellung entspricht das plot fensterchen erscheint hier und das springt jetzt hier durch die gegend so da ist es wieder also das ist immer noch der gleiche dreieckförmige zeitverlauf die wir vorher hatten das passt so und jetzt kann ich einfach ziehen wir das hier rüber einfach die formeln anwenden die wir vorher so hatten also ich kann sagen i r von t die r von t ist einfach u t fein geteilt durch r und da sollten jetzt auch 601 werte rauskommen kann man gucken hier drüben sind die 601 werte die stehen als drin so das war einfach jetzt kommt die bisschen die schwierigkeit hier wie kann man diese ableitung ausrechnen weil ich meine das ist ja jetzt hier von hand in dem fall auch nicht so nicht so wahnsinnig schwierig aber wenn das ein bisschen komplizierterer spannungsverlauf wäre dann wäre das von hand vermutlich schwieriger wenn man weiß wie das in octave geht ist es natürlich relativ einfach und dafür gibt es ja auch wieder eine funktion die muss man das ist ja die schwierigkeit in diesen mathematik so fettut man muss man wissen wie die funktionen heißen die heißt gradient und die rechnet eben den anstieg und das ist ja das was sich hinter einem hinter einer ableitung verbirgt aus aus auf sample data or function ja wir können das mal vielleicht kurz testen also man zum beispiel mal sagt ich nehme mal x werte habe ich habe bisher noch nicht und nehme mal x werte zwischen 0 und 2 mal pi und drückt mir auch mal die ausgabe jetzt kriege ich 100 x werte und plotte mir mal x und den sinus von x dann da ist das plotfensterchen dann kriege ich eine sinus funktion die schiebe ich mir mal hier oben hin und jetzt kann man sich natürlich überlegen also wenn ich das nochmal mache und die cosinus funktion plotte dann sieht eine cosinus funktion so aus die rote kurve jetzt dazu gekommen ist das wäre ja genau die ableitung von dem x und jetzt schreibe ich das sinus von x mal in eine variable rein die ich y nenne also y ist sinus von x dann hat das y sieht man ja auch 100 werte und jetzt kann ich ja mit diesem gradient das hier oben ausrechnen also es rechnet den gradient von einer funktion aus m sozusagen im bezug auf x ja irgendwo hier steht das vector values specify the coordinates for this dimension also ja ich kann damit sozusagen x werte vorgeben und ich könnte auch sagen ich will eine funktion wenn die mehr dimensional ist nach x y z ableiten und ausrechnen bei uns ist die jetzt ja nur eindimensional also wenn ich jetzt noch mal in abhängigkeit von x den gradient die ableitung von y nach x plotte ja dann sollte ich hier jetzt eine funktion ich glaube die nächste farbe in octave ist gelb oder orange oder sowas auf der roten linie sehr sehr dicht über der roten linie sollte noch eine orange linie erscheinen weil wenn ich sinus von x nach x ableite kommt die kosinus funktion raus die haben wir hier schon in dem diagramm ja und da können wir gucken okay ist jetzt so eine gelbe linie erschienen wenn ich jetzt mal hier rein zoome und rein zoome und rein zoome und rein zoome und rein so sieht man okay da liegen wirklich zwei linien sehr dicht aufeinander weil weil cosinus funktion und die ableitung der sinus funktion auf eine cosinus funktion ergibt das gleiche funktion also auf die art und weise gradient y x ist sowas wie die y nach dx also wenn ich jetzt hier ein tippe gradient u und t dann kommt genau diese ableitung raus und genau so mache ich das jetzt also ich rechne ein ic von t aus und zwar als gradient von eben u von t und zwar diesen feinen ja und dem t fein und die ausgabe unterdrücke ich mal weil das ganz viele werte sind und dann sieht man da sind jetzt auch 601 werte rausgekommen und den letzten schritt den ich noch mache ich rechne das jetzt einfach mal zusammen also it ergibt sich aus ir von t plus ic von t auch das unterdrücke ich kriegen wir 601 werte raus für den gesamtstrom und die plotte ich jetzt mal also in abhängigkeit der zeit die fein plotte ich ir von t dann brauchen wir noch mal die fein und ic von t und noch mal die fein und wie funktioniert mit der auto vervollständige könig und it und das kommt in mein plot rein und der plot ah ja ich weiß schon was wir vergessen na klar man muss formeln auch richtig anwenden also in der formel hier an der stelle wo das ic ausgerechnet wird da habe ich die ableitung ausgerechnet aber ich habe das c vergessen welts aufmerksam zugeschaut hat und mitgemacht hat dem wird dieser kleine faux pas sicherlich schon aufgefallen sein so also wir brauchen noch das c dazu in der formel die kapazität und da muss ich das die summe natürlich auch noch mal neu ausrechnen auch mal neu plotten und dann kommt da dieses diagramm raus und dieses diagramm sieht wiederum ja genauso aus wie das was wir hatten also erste farbe ist immer blau das was hier jetzt grün ist ist hier rot als zweite kurve man könnte jetzt natürlich eben noch achsen beschriftung und legende hinzufügen wenn man wollte und die dritte und hier rote kurve ist dann das was hier gelb oder vielleicht so ein orange ist und dann sieht man da passt das auf jeden fall auch schon relativ gut also hinter diese drei diagramme können wir ein häkchen wieder virtuell gedacht hinter machen und uns noch an diese letzte aufgabe hier oder an die letzten beiden aufgaben ran wagen wie kann man jetzt den arithmetischen mittelwert der im widerstand und in der kapazität umgesetzten leistung ausrechnen das was hier unten passiert und das mache ich jetzt auch über diese formel hier also ich rechne pr aus pr von t das gleiche mache ich für die kapazität und dann rechnen war daraus einfach den mittelwert aus also pr von t ergibt sich aus ut fein mal ir von t und weil das jetzt hier wie man ja sieht ein vektor ist mit 601 werten und das ir von t wie man hier auch sieht ein vektor ist mit 601 werten und ich nicht wirklich sowas wie ein produkt dieser beiden vektoren ausrechnen möchte im sinne eines skalarproduktes sondern ich möchte element elementweise das miteinander multiplizieren also erste spannung mal ersten strom zweite spannung mal zweiten strom und so muss ich ein punkt mal verwenden und führe das mal aus dann kriege ich für das p auch 601 werte raus wie man hier an der stelle sieht so das gleiche mache ich noch mal für das c da habe ich die gleiche spannung aber einen anderen strom mal i c von t kommen auch da 601 werte raus und was fehlt mir jetzt noch zu meinem glück mir fehlt der arithmetische mittelwert das was hier unten steht und den kann man wenn man den befehl kennt auch ganz einfach in octave ausrechnen das ist ja die ganze idee das hier in octave zu rechnen das heißt nämlich einfach min min ist der mittelwert und wenn ich jetzt den mittelwert von pr von t ausrechnen dann sollten da im idealfall vier drittel milliwatt rauskommen oder eben 1,33 mal 10 hoch minus 3 als e minus 3 geschrieben und das passiert ja auch also 1,33 bisschen was anderes dahinter aber genau diesen rundungsfehler wenn man sich erinnerte den gab es ja auch in ltspice wenn ich hier das ausgerechnet habe waren das auch nicht exakt 1,333 sondern 1,3 302 das hängt jetzt eben davon ab wie wie viel zeitschritte habe ich hier benutzt wie fein habe ich das hier diskretisiert und so wie viel sachen habe ich da in diese interpolation reingesteckt aber das passt schon ganz gut und genau auf die gleiche art und weise kann man natürlich auch den mittelwert der leistung an der idealen verlustfreien kapazität ausrechnen und die sollte wieder null sein nah null und das funktioniert hier sehr 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 gut also hier kommt was 10 hoch minus 19 das ist deutlich deutlich kleiner als die rechengenauigkeit des rechners hier die liegt bei nur 10 hoch minus 16 also das ist wirklich numerisch sehr nah bei null dem was man da auch im idealfall erwarten würde also das hier mit vielleicht nochmal gezeigt diesem plot dazu eine insgesamt sehr schöne lösung dieser aufgabe was mir vielleicht an der stelle noch einfällt was ich jetzt auch noch mit plotten könnte einfach um das nochmal mit der lte spice lösung zu vergleichen das hier oben sind ja genau diese leistungen die plotte ich jetzt mal einfach noch in ein zweites fensterchen rein also ich schiebe man das hier ein bisschen runter gehe nochmal in lte spice rein in octave rein sage figure 2 und da kommt eine zweite leere figure wie immer auf dem falschen bildschirm jetzt passieren wundersame dinge weil irgendwie mein maus zeigen muss ein bisschen springt so also jetzt einmal einmal alles kaputt gegangen und mein zeichentablet ist auch leer also manchmal ist die technik ging ein so da ist dings da ist das oktalfenster wieder da ist der erste plot und da ist der zweite plot so und in diesem zweiten plot also der ist jetzt aktiviert da würde ich jetzt gern plotten in abhängigkeit von der zeit t fein einmal die leistung pr von t und nochmal in abhängigkeit der zeit die leistung pc von t und da sollten jetzt dann genau diese kurven rauskommen die man auch vorher hier in lte spice gesehen hat also einmal diese parabelbögen über die dann der mittelwert eben die vier drittel milliwatt waren und diese ansteigenden und betragsmäßig abfallenden und wieder ansteigend tragsmäßig abfallenden dreiecke die aber einmal positiv und einmal negativ und positiv und negativ liegen und über die dann der mittelwert das integral eben null ist weil positive und negative flächen unterhalb der zeitachse sich aufheben also das jetzt eine sehr schöne einfache naja einfach kann man sich streiten also weiß wie es geht ist es ganz einfach hat mein mathe tutor vorher immer gesagt lösung dieser schönen aufgabe hier in octave dem passenden quelltext dazu füge ich mal zu einem skript zusammen und den kann man dann unterhalb dieses videos hier finden vielleicht lade ich ihn auch gleich bei octave online hoch so dass man da draufklicken kann das ausprobieren kann und dann auch dort diese beiden diagramme sehen sollte